Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Alan Wake. Ja, ich habe gerade Waffen durchgehört, weil ich dachte... Da hinten glänzt Munition. So, dann haben wir uns erstmal den hier vorknöpfen. Diese Stelle ist so scheiße hier. Ah... Kann ich da rauslaufen? aber ich will da jetzt ich will jetzt raus nein, ich kann da anscheinend nicht ganz so leicht rausrennen ok, erstmal ist hier nichts der ist uncool das ist einfach so zwei fette von den Dingen ja, für einen ne, cool, hab ich jetzt das Ganze auch meine, okay, jetzt ist das Ganze auch nicht genommen genau, ist klar ja, okay Was ist das? Aber ich bin, ich bin weg. Als ehrlich, tschüss Leute. Ich hab's grad fast geschafft. Tja, nur weil der Typ hinter mir nicht Ruhe geben wollte. Tja, nur nachladen, mehr nicht. Schild doch mal. So, endlich. Jetzt fickt euch. Das war eine Geburt. Das hab ich ja ganz gern. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah. Aber ich musste noch einen Weg dafür finden. Ja. Oh, Spannungswerk, ne? Aha. Hier, gibt es noch was? Ja, bald. Leuchtfackel. Oh ja, eine Blendgranate. Vielen lieb, dank. Mal gucken. Es war so klar und mir kommt jetzt wieder so eine Masse auf mich zu. Okay, da ist eine Manuskriptseite. Ich komm hier nicht durch. Das heißt, ich muss entweder über die andere Seite dorthin, oder ich muss irgendwo den Stroh ausstellen. Ja. Nicht einfach noch rauslassen. Nein, das bringt nichts. Nicht zu den vielen anderen Spielern, man einfach auf den Strom zu früh schießt, und dann ist alles hier in Ordnung. Es sieht jetzt vielleicht auch hier das Strom aus. Nein. Und... Nein. Man muss ja wahrscheinlich von der anderen Seite hingehen. Ja. Wir laufen auch bald noch ein bisschen. Holen wir uns aus. Wir müssen da über die Brücke, ne? Oh ja. Aber ja, noch ziemlich einen Weg vor uns. Wir sind gut ausgebildet. Der hat mir derosi. Kalkial raptiert. Aber... Die... 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 um hey das hätte ja was werden können jetzt guck ich an die neue Skriptseite rein im Warenhaus von Bright Falls erhob sich Barry wieder und klopfte sich den Staub ab neben den Dosen mit den gebackenen Bohnen war ein geschlossener Behälter mit Leuchtpistolen und gleich in Reichweite stand eine Tonne mit Brechstand Barry's Lächeln wurde breiter als ihm klar wurde dass dies die klassische Moment das hatten wir doch schon mal da unten das ist das was wir wollen dieser törichte Jüngling ging unnötige Risiken ein und wie er die Regeln brach begriff er nicht was auf dem Spiel stand seit den schrecklichen Tagen in den siebzigern hatte sie nicht einmal gezögert so schwer es auch war sie war es müde die Stadt all die Jahre zu beschützen sie wollte nur noch ruhen die Haltung war jetzt Falsch angeklickt das kann jedem passieren das kann jedem passieren und wir haben jetzt wieder ein bisschen Loot Leuchtwackeln gut ok komm ich nicht lang und hier rein auch nicht der Ostflasche da will ich noch da will ich gerade nicht ran es ist mir so egal wie das Spiel sollte ich durchhaben aber ich nicht mehr den Schild in den Kopf hauen Aua Aua Uncool Uncool wie sie laufen die da einfach irgendwie zu das finde ich nicht fair finde ich ganz so gar nicht fair ja ja wo soll ich die Flares bekommen ne soll ja auch nicht umsonst da sein ja ja kommen dann hätten wir das jetzt auch hier komme ich nicht lang und hier gibt es auch nix das heißt das jetzt runternehmen und hoch wieder und damit wieder ein Story Manuskript das ist doch mal ein Plan ja wir müssen jetzt über die Brücke rüber was wahrscheinlich schwieriger wird als es erscheint oder auch nicht erschreck mich doch nicht so Mensch Batterien Leuchtpistole Munition ja ich rieche nichts Gutes Leuchtpistole Munition heißt nie was Gutes Na wo kommen die bösen Männer her ich wollte mich gleich daran hin ich wollte mich gleich daran hin über die Brücke zu gehen so ach ach nö ich mag die Vögel nicht na super das heißt ich hänge jetzt mit den ganzen Vögeln fest und und cool nein komm 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 das sind ja meine Freunde jetzt könnten wir uns halt jedenfalls was angucken aber ne ja sie geben mir Licht nicht ihr könnt mich mal ihr Wichser ich hab jetzt ein Licht mit mir ha 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 wir to ein besser wir haben wird dass So, dann hätten wir es auch erst mal. So ein Helikopter mit Licht ist schon ziemlich nützlich. So, fuck. Aua, nein, aua, nicht hauen. Ah, das ist ein Aua. Oh, das tat wirklich Aua. Ich habe es noch geschafft. Hippie hat noch etwas gesehen. Leucht. Danke. Okay. Zum Kraftwerk gehen. Ja. Und ich würde sonst mal beim Kraftwerk gehen. Ah, Raben. Vögel. Die Vögel sind zurück. Hey, wir können nicht hier bleiben. Nein, da. Rufen Sie, sonst werden Sie den Vögel begannen. Oh, hier waren die Leute. Das ist gut. Ja. 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 Okay. Bitte macht, dass es schnell geht. Nein, das ist ja ganz dämlich. Das ist ja gar nicht wert. Meine Schrottfett-Munition. Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Ah. Stimmt. Ja, stimmt. Das Bild. Ja. Ja, da ist was drin. Safe Heaven. Keinen Schritt weiter. Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es. Äh, Sie könnten sehen. Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkelzor treiben können. Der helle Raum ist von Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Oh, oh. Hilft mir mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Na, jetzt gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer eins. Sie haben die Regeln gebrochen, junger Mann. Und was hat uns das eingebrockt? Nein, ich kenne einen Geheimweg. Einen Hellenweg. Ein altes Wasserohr. Ein Umstandwerk ist etwas beschädigt worden. Die ganze Reserveenergie wird abgezogen. Ohne Sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue. Junger Mann, Sie sind derjenige, der keine Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln sein. Der Schalter befindet sich draußen. Ich habe mich auf diese Zeiten vorbereitet. Dunkle Zeiten. Wir haben mein Versteck gefunden, ja? Können die Zeichen sehen? Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Euer Justin. Tschüss.